Hey YouTube Freunde, der Schmied ist beim Bauerhausen. Und was macht er? Etwas ganz Schönes. Ich bin jetzt unter dem Rohr an und bin dann ungewohnt. Ich bin jetzt der Schmiede. Ich bin jetzt bei der Schmiede. Ich bin jetzt auf der Schmiede. Ich habe die Schmiede. Ich habe die Schmiede. Der Saumier? Ja, hier. Nein, das ist noch nicht nur... Es ist noch nicht warm genug. Aber es ist noch nicht warm genug. Es ist immer. Ja, da muss ich lustig ein Fremskrack neigen. Also, das geht hier noch so weit. Ja, es kann nicht halten. Ja. Das war so eine kleine Auge. Das war so ein Klapp. Das war so ein Klapp. Die Barsch. Der Saumier ist ein Klapp. Untertitelung des ZDF, 2020